In diesem Video erkläre ich dir, wie du Brüche subtrahierst anhand von 3, immer schwerer werdenden Beispiel. Gut wäre es, wenn du zunächst mal Brüche addieren verstanden hast, das habe ich dir hier aber jetzt verlinkt. Okay, gehen wir mal rein, das Grundprinzip ist nämlich dasselbe wie beim Brüche addieren, wir brauchen denselben Nenner, also die Zahl, die unten steht, muss übereinstimmen, damit wir sie subtrahieren können. So, das ist im ersten Beispiel relativ leicht, weil wir haben hier schon denselben Nenner. Ja gut, 3 Viertel minus 1 Viertel, so, wenn von einer Torte oder von einer Pizza noch 3 Viertel übrig sind und du futterst 1 Viertel, ja dann sind noch 2 Viertel übrig, du kannst es wirklich einfach abziehen. Du übernimmst den Hauptnenner, das Viertel und oben rechnest du 3 minus 1. Okay, das ist glaube ich bis dahin noch relativ leicht zu verstehen, jetzt schauen wir es uns mal für das Beispiel an. Hier stellen wir nämlich jetzt fest, hoppla, wir haben nicht mehr denselben Nenner. Okay, wie machen wir es jetzt? Naja, wir müssen denselben Hauptnenner erzeugen. Das Vorteilhafte noch an diesem mittleren Beispiel ist, dass wir Viertel verwenden können als Hauptnenner und letztendlich nur das 1 Halb auch auf Viertel bringen müssen. Okay, das heißt 3 Viertel kann ich übernehmen. Wie schaffe ich es jetzt aber, dass aus diesem Bruch, aus diesem 1 Halb, irgendwie Viertel werden? Naja, das funktioniert mit Erweitern. Du kannst nämlich einen Bruch oben und unten, also im Zähler und Nenner mit derselben Zahl multiplizieren. Und hier würde sich eben anbieten, dass du mit der 2 multiplizierst. Das heißt 1 Halb, wenn du das mit 2 multiplizierst, oben mal 2, 1 mal 2 sind doch 2, unten mal 2, 2 mal 2 sind doch 4. Und Party, jetzt hast du quasi denselben Hauptnenner, du kannst es wieder einfach voneinander abziehen und 3 Viertel minus 2 Viertel sind 1 Viertel. Übrigens hättest du hier noch kürzen können, so wie du erweitern kannst, indem du oben und unten mit der gleichen Zahl multiplizierst, kannst du auch kürzen, indem du oben und unten mit derselben Zahl dividierst. Nur, by the way, hier geteilt durch 2 und hier geteilt durch 2 wäre 1 Halb. So, wir gehen jetzt aber mal zum dritten und gleichzeitig schwierigsten Beispiel. Bei 5 Sechstel minus 3 Viertel kannst du weder das Sechstel noch das Viertel wirklich gut nutzen und du musst dir einen gemeinsamen Nenner überlegen. So, jetzt könntest du entweder den billigen Trick machen, dass du einfach 6 mal 4 rechnest, das sind 24, damit hast du immer einen Hauptnenner, aber es ist nicht das kleinste gemeinsame Vielfache. Naja, was könnte das kleinste gemeinsame von 6 und 4 sein, das kleinste gemeinsame Vielfache? Kurz überlegen, 12, oder? So, das heißt, wir können beide Brüche auf 12 bringen und müssen uns jetzt überlegen, mit welcher Zahl müssen wir multiplizieren, dass wir im Nenner zwölftel stehen haben. Okay, überlegen uns das mal für 5 Sechstel. Ich glaube, da leuchtet es relativ schnell ein. Ja, wenn ich oben und unten mit 2 multipliziere, dann erhalten wir das. Und 5 mal 2 sind doch 10, 6 mal 2 sind doch 12. Ähnliches Spiel jetzt beim zweiten Bruch. So, 3 Viertel musst du halt jetzt mit 3 multiplizieren. Dann erhältst du doch oben 9 und unten 12. Und ebola, jetzt können wir es wieder schön voneinander abziehen. 10 Zwölftel minus 9 Zwölftel sind 1 Zwölftel. So, angenommen, du hast jetzt Probleme, das kleinste gemeinsame Vielfache zu finden. Dann habe ich ja gesagt, der billige Trick, dass du die zwei Zahlen, die zwei Nenner miteinander multiplizierst, das funktioniert immer, 6 mal 4 sind doch 24, oder? Das heißt, wir hätten uns jetzt überlegen können, okay, dann bringe ich halt beide Brüche auf 24. So, mit welcher Zahl müsstest du denn jetzt wieder erweitern, dass du auf 24 kommst? Naja, 6 mal 4 sind 24, sprich, 5 mal 4, wir erweitern wieder oben und unten, 5 mal 4 sind 20, 6 mal 4 sind 24. Das gleiche machen wir hier, hier musst du halt jetzt mit 6 erweitern. 3 mal 6 sind doch 18 und 4 mal 6 sind doch 24. Okay, jetzt können wir es wieder schön voneinander abziehen, weil wir haben den selben Hauptnenner. So, und 20 minus 18 sind 2 Zwölftel. Jetzt sagst du natürlich zu Recht, doof ist doch jetzt irgendwie nicht dasselbe, aber hier habe ich es dir noch beigebracht, wir können kürzen. Und ein Ergebnis sollte bei deinem Lehrer sehr wahrscheinlich auch immer gekürzt sein. So, welche Zahl passt jetzt sowohl in den Zähler als auch in den Nenner? Ja, die 2, oder? So, und wenn du beides durch 2 teilst, so funktioniert Kürzen, dann erhältst du 1 Zwölftel und das Ergebnis stimmt logischerweise mit dem Überein. Das war es eigentlich schon mit dem Brüche subtrahieren. Denk dran, du brauchst den selben Hauptnenner und das ist eigentlich schon der ganze Trick dahinter. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, freue ich mich, wenn du mir ein Like da lässt und natürlich vielleicht auch meinem Kanal deinen Freunden empfiehlst. Das war Mathe mit Nick.